Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschler und schau mich hier dafür in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Mount aus Patch 8.3, und zwar hier die schöne Elfenbeinwolkenschlange. Und die können wir uns erspielen mit ein bisschen Glück und Geduld im Tal der ewigen Blüten in Patch 8.3. Und zwar, was müssen wir dafür machen? Erstmal brauchen wir ein bestimmtes Item. Und dieses Item können wir uns immer erspielen hier im Tal. Und zwar habe ich das leider schon eingesetzt, deswegen zeige ich es euch jetzt hier einmal auf WoW-Heads. Dieses heißt einmal Tian Tian Lasso. Und dieses Lasso können wir uns von allen möglichen Mogu hier holen. Ihr seht, das sind alles mögliche Mogu, einmal im Tal, und die haben eine mehr oder minder gute Drop-Chance. Wie lange hat das bei mir etwa gedauert? Und zwar, ja, bei mir hat es zweieinhalb Stunden gedauert. Ich hatte bei einigen Leuten eine Gruppe, die es nach 10, 15 Minuten hatten. Ist halt eine Glückssache, ja. Ja, diese Mogu, die es droppen können, sind immer da, unabhängig von der Invasion. Und zwar hier in diesem Bereich sind immer Mogu. Und diese Mogu können es eigentlich fast alle droppen. Also die könnt ihr einfach umhauen und, ja, dann kriegt ihr dieses Lasso. Wenn natürlich die Mogu-Invasion ist, die jetzt bei mir gerade ab ist, sind in dem Tal hier fast überall Mogu. Und dann habt ihr halt noch eine höhere Chance, sie zu bekommen. Ihr könnt natürlich auch warten, bis ihr das Ganze mal beim Daily-Machen bekommt und dann dementsprechend das Mount holen. Wenn ihr das Lasso habt, dann könnt ihr anfangen, das Mount zu campen. Und zwar braucht ihr aber dafür dann die Mogu-Invasion. Also das Lasso könnt ihr vorher farmen. Fürs Mount braucht ihr die Mogu-Invasion. Denn wir müssen uns jetzt eine Wolkenschlange fangen mit dem Lasso. Und zwar heißt sie genauso. Die heißt auch Elfenbein-Wolkenschlange. Und die fliegt einmal hier übers Tal. Die hat einen Respawn-Timer von einer bis drei Stunden. Heißt relativ lang. Und die ist auch verdammt schnell unterwegs. Und ich kann euch mal zeigen, wo die rumfliegt. Hier ist so eine kleine Karte, die ich mal aus dem Internet rausgezogen habe. Und zwar, können wir das mal ein bisschen hochschieben hier. Genau, die startet hier an der Position bei 27,56. Und fliegt dann einmal hier außen rum über das Tor, hier oben rum, hier hinten rum. Zack, bis hier hoch. Und an dieser Position hier, ja, ist quasi der Startpunkt. Dann fliegt sie, glaube ich, noch ein bisschen weiter und despawnt irgendwo hier hinten. Das Problem ist, ihr nachzufliegen ist eigentlich nicht möglich, weil sie wesentlich schneller als ein normales Flugmord ist. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ihr auch noch, wenn ihr hier oben seid, von diesen Würmern einen Debuff bekommt und dann geslowed seid. Also ihr kommt ihr auf jeden Fall nicht nach. Deswegen ist die Taktik quasi, am Spawnpunkt zu warten und sie sofort zu fangen, dass man sie bekommt. Das ist eigentlich der Hintergrund. Also ihr seht, wenn ihr so weit oben seid, dann haben wir diese Würmer, die geben euch den Debuff und dann werdet ihr immer langsamer. Und das deckt bis 11 hoch und dementsprechend, ja, werdet ihr irgendwann fast nicht mehr moven können. Heißt, Mogo-Invasion abwarten, dann an den Spawnpunkt stellen. Ich bin hier jetzt etwa auf den Koordinaten von dem Spawnpunkt 27,55 bin ich jetzt hier. Laut dem Bild müssen wir bei 27,56. Also wir sind auf jeden Fall relativ nah dran. Und jetzt müssen wir aber relativ weit hoch. Also da unten, wo die stehen, werdet ihr es nicht erwischen. Ihr müsst etwa auf die Höhe der Würmer ein bisschen drunter. Wenn die Würmer euch hier angreifen, gibt es ein bisschen Schaden. Ihr bekommt diese Debuffs. Das ist nicht schlimm. Ihr sterbt dadurch tatsächlich nicht. Und ich war auch etwa auf dieser Höhe, vielleicht sogar noch ein kleines Stück höher, als ich sie gefangen habe. Und ja, ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier haben wir einmal das mit aufgenommen. Wir machen mal den Sound aus. Okay, genau. Da bin ich nämlich nebenbei nur am Futtern gewesen und war dann doch relativ überrascht. Also ihr seht, wir sind mit relativ vielen Leuten hier weit oben. Bei den Würmern, auch an den Koordinaten hier. Und jetzt spamme ich mein Makro, das ich euch noch zeige. Und hier seht ihr, da war gerade die Wolkenschlange. Und hier kommt dann einmal der Proc. Also die ist extrem schnell an uns vorbeigeflogen. Also innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Jetzt tun wir nochmal das Rückspulen. Hier, ich bin die ganze, das Makro am Spammen. Jetzt müsst ihr gleich aufpassen, jetzt dürft ihr gleich kommen. Da ist sie. Seht ihr, die ist da ein bisschen oben drüber gespawnt. Gleich runtergeflogen. Irgendwann hat sie kaum gesehen, weil die extrem schnell ist. Also ihr müsst dieses Makro durchspammen. So, warum können wir das Ganze in einer Gruppe machen? Es ist nämlich so, dass die zwar, wenn die einer gefangen hat, weg ist. Aber sie hat noch 10 Sekunden, nachdem ist sie da. Also wenn sie der erste fängt, hat man 10 Sekunden sie auch zu bekommen. Dementsprechend, wenn ihr euch mit einer Gruppe hier hinstellt, können auch 40 Mann sein. Am besten alle hier so weit oben hinstellen. Und dann dieses Makro spammen. Und ich zeige euch, was das für ein Makro ist. Das ist einfach gut hier dieses Show-Tool-Tip-Lasso. Der Zitendis ist wurscht. Aber wir brauchen hier einmal Target-Elfenbein-Wolkenschlange. Damit nehmen wir die ins Target, sobald sie auftaucht. Und dann Yus-Lasso, der Zan-Tien. Das ist quasi unser Lasso, was wir einsetzen. Wir hatten es dann auch, dass manche Leute hier unten waren. Die haben das Mount nicht bekommen. Das hat hier eine gewisse Range. Ihr müsst so weit oben sein. Da waren ein paar Leute, die waren besonders schlau. Und haben gesagt, ich will mich von den Würmern nicht treffen lassen. Ich gehe da unten hin. Die haben hier zweieinhalb Stunden umsonst gewartet. Also ihr müsst hier hochfliegen. Wenn euch die Würmer treffen, ist egal. Ihr seht, ich bin jetzt übelst geslowed. Ist aber wurscht, wenn wir genau auf dem Spot stehen. Dann sollte das kein Problem sein. Also ihr seht, hier bin ich etwa auf der Minimap. Jetzt auf den Koordinaten, wo haben wir es? 27, 56, genau. Also da müssen wir hin, hier über diesen Bäumen quasi. Und dann, wie gesagt, auf die Höhe von den Würmern etwa. Gut, das waren jetzt eigentlich soweit alle Infos, die ich euch geben kann. Wie gesagt, Respawn-Timer zwischen einer und drei Stunden. Sucht euch vielleicht, wenn ihr das machen wollt, und das Lasso habt, eine Gruppe, die hier schon ein bisschen kämmt. Lasst euch die Zeit geben. Hey, wie lange seid ihr hier schon? Wie lange kämmt ihr schon? Dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen Zeit sparen. Und zieht euch das Makro auf irgendeine Taste, die ihr bequem hämmern könnt. Schaut euch nebenbei einen Film an oder macht irgendwas anderes. Ihr müsst halt immer hier bereit sein, dass sie kommen kann. Ihr habt gesehen, wie schnell sie bei mir weggeflogen ist. Gut, das war es dann soweit mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Makro packe ich euch in die Infobox. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.